Die Outlook-Ansicht lässt sich sehr individuell einstellen. Richtig genutzt kann man dadurch seine Arbeit sehr vereinfachen und in diesem Video verraten wir dir deshalb die besten Tipps für die Ansichtseinstellungen. Viel Spaß damit, los geht's! Mein erster Punkt ist das Hauptmenü. Das befindet sich momentan links unten. Hier Mails, Kalender, Aufgaben. Wenn ich es noch etwas breiter ziehe, kann man auch noch die Personen, die Kontakte hier sehen. Hier ist die Hauptnavigation für die unterschiedlichen Bereiche in Outlook. Und das wird sich bald ändern von der Position. Das zeige ich schon mal. Alle, die Microsoft 365 haben oder die meisten davon, werden hier oben einen Schieberegler haben, mit dem sie neue Funktionen testen können. Das möchte ich jetzt auch einmal tun. Ich habe das mal aktiviert, die neuen Funktionen in Kürze testen und muss einmal Outlook neu starten. Und jetzt sehen wir, dass das Hauptmenü von links unten nach zur Seitenleiste hier links wechselt. Und da ist auch schon neue Funktionen drin. Ich habe hier den Organisationsexplorer. Ich habe jetzt hier plötzlich Microsoft To-Do. Und ich kann auch hier weitere Apps anheften. Zum Beispiel hier OneNote. Ich kann mit einem Rechtsklick sagen, okay, anheften. Dann habe ich das auch hier als Startverknüpfung auf der linken Leiste. Das kennen wir schon so ähnlich von Outlook im Web, also der Browser-Version. Und das wird demnächst umgestellt hier auch in Outlook Desktop, dass so das Startmenü an der linken Seite ist, dass ich es auch erweitern kann um weitere Funktionen, weitere Programme. Und das muss man aktuell noch hier aktivieren. Aber ich denke mal, in ein, zwei Monaten ist das für alle standardmäßig auch freigeschaltet. Als zweites wollen wir uns mal den Arbeitsbereich hier anschauen im Bereich E-Mails. Wenn wir dort etwas umstellen wollen, dann ist das alles gebündelt in der Registerkarte Ansicht. Wenn wir hier mal klicken auf Ansicht, hier sind im Prinzip alle Ansichtseinstellungen zu finden, die ich ändern kann. Ich gehe jetzt nicht auf alles ein. Ich konzentriere mich jetzt mal auf den Bereich Layout hier. Und was gibt es hier? Einerseits mal den Ordnerbereich. Damit ist hier diese linke Spalte gemeint, wo mein Posteingang ist, wo mein Postfach ist oder auch meine mehreren Postfächer, wenn ich mehrere habe und die Ordner. Hier kann ich zum Beispiel schon mal, also ich habe hier oben einen Favoritenbereich. Den nutze ich persönlich nicht. Den stelle ich für mich ab, weil ich ihn einfach nicht brauche. So, das heißt, ich nehme hier mal den Haken bei Favoriten heraus. Und wenn ich jetzt ein zweites Postfach habe, dann habe ich hier unten einfach auch schon mal mehr Platz. Als zweites gibt es noch einen Lesebereich hier. Den habe ich aktuell gar nicht aktiviert. Ich habe hier nur meine E-Mail-Liste. Und beim Lesebereich gibt es im Prinzip drei Optionen. Ich habe ihn jetzt aus. Ich kann ihn auch unten haben hier. Dann wird mir quasi die E-Mail hier unterhalb meiner E-Mail-Liste angezeigt. Das finde ich von der Aufteilung nicht so optimal. Mit den eher breiten Bildschirmen, dann kann ich weder oben viele E-Mails sehen, noch unten richtig die E-Mail in der Vorschau. Ich brauche auch nicht die ganze Breite. Das heißt, ich bin eher ein Fan von dem Lesebereich rechts. Dann habe ich hier eine lange E-Mail-Liste. Und habe hier richtig Platz, um die E-Mail in der Vorschau anzuschauen. Und muss sie nicht jedes Mal mit einem Doppelklick öffnen in einem eigenen Fenster. Als drittes kann man sich im Posteingang auch noch die Aufgaben-Leiste einblenden. Über Aufgaben, dann werden die Aufgaben hier am rechten Rand angezeigt. Wenn man damit arbeitet, da bin ich ein großer Fan davon, dass man das dann auch hier im Posteingang hat. Denn wenn ich jedes Mal mühsam hier in den Aufgabenbereich wechseln muss, um meine Aufgaben anzusehen, das macht man nicht, dann vergisst man die Aufgaben. Also wenn man die hier rechts hat, im Posteingang, immer vor Augen, dann vergisst man auch nicht damit zu arbeiten. Das Problem ist nur, dass die Ansichtseinstellung der Aufgaben-Leiste im Standard nicht so optimal ist. Das kann man alles ändern. Rechtsklick, Ansichtseinstellungen, was für Spalten braucht man, wie soll das gruppiert, sortiert, gefiltert sein und so weiter. Die ganzen Details oder wie kann man das machen, dass es ähnlich aussieht wie hier. Da haben wir ein eigenes Video produziert auf dem Kanal. Outlook Aufgaben, Liste, Ansichtseinstellungen für Fortgeschrittene. Da kann man sich das mal anschauen und entsprechend bei sich umsetzen. Wir verlinken das Video auch hier im Video. Dann kann man es mit einem Klick auch öffnen. Als nächstes schauen wir uns mal das Menüband an. Da kann ich ja prinzipiell hier oben zwischen den einzelnen Registerkarten wechseln. Ich bin aber meistens hier im Menüband oder in der Registerkarte Start. Und bei mir sieht man, dass die relativ voll ist. Das sind ganz viele Funktionen, die ich gar nicht benutze. Und je nachdem, was für Programme installiert sind, wurden hier auch weitere Funktionen quasi, zum Beispiel hier bei mir Zoom, wurden hier weitere Funktionen automatisch integriert, die ich vielleicht gar nicht brauche. Und um das etwas auszumisten, Dinge, die ich nicht brauche, das kann man machen. Einfach mal an die freie Stelle klicken mit der rechten Maustaste und dann sagen Menüband anpassen. Man kann ganze Gruppen hier herausnehmen aus dem Menü, die man nicht braucht. Die Gruppen sind immer hier unten mit Namen genannt. Hier Gruppen, Suchen, Sprache, Sprache, Add-ins. Wenn ich solche Dinge nicht brauche, kann ich die jetzt hier sagen, auf der rechten Seite hier. Die Add-ins brauche ich nicht, dann kann ich die entfernen. Sprache brauche ich nicht und so weiter. Ich kann hier relativ viele Dinge herausnehmen, die ich eigentlich gar nicht brauche. Jetzt habe ich nur ganz wenige Dinge behalten, die ich verwende. Neue E-Mails, Löschen, Antworten, Quick-Steps, Verschieben, Teams. Die habe ich behalten, den ganzen Rest habe ich jetzt mal rausgenommen, nur um es auch mal zu zeigen. Das ist jetzt nicht immer verloren oder gelöscht. Die kann man auch jederzeit wieder einblenden hier über die Hauptregisterkarten, E-Mail. Da sind die alle da. Jetzt wenn ich sage, ich brauche die Suche wieder, die könnte ich wieder hier reinnehmen. Dann habe ich sie wieder OK. Und man sieht, jetzt brauche ich nicht mal den ganzen Platz, aber jetzt werden die Funktionen auch schön dargestellt. Da wird nichts mehr minimiert und ich kann mich auf die wichtigen Dinge konzentrieren und werde nicht von anderen Funktionen, die ich nicht brauche, abgelenkt. Wenn wir schon hier gerade im Menü sind, es gibt hier zwei Layout-Möglichkeiten. Einmal hier das klassische Menü und wenn wir hier rechts auf diesen kleinen Pfeil klicken, dann kann ich noch ein zweites Layout. Verwenden und zwar nicht das klassische Menüband, sondern das vereinfachte Menüband. Und das habe ich sogar noch lieber als das klassische. Ich klicke mal hier drauf und man sieht, das wird jetzt hier schmäler. Da ist auch immer nur eine Funktion untereinander. Ich mag das ganz gerne, weil es einfach aufgeräumt aussieht, weil es auf dem Notebook nicht so viel Bildschirmplatz verbraucht und ich mehr Platz für die Mails und die Aufgaben habe. Und auch, es ist schön minimalistisch und das reicht mir völlig. Das schätze ich, neue E-Mail löschen, archivieren, an OneNote senden, antworten und meine Quick-Steps. Mehr brauche ich gar nicht. Das sind die Funktionen im Menü, die ich verwende. Aber auch hier kann ich ganz genauso auch noch das Menüband anpassen und weitere Funktionen mir einblenden, wenn ich das brauche, genauso wie auch beim klassischen Menüband. Eine Funktion, die ich ebenfalls sehr praktisch finde, ist hier oben die Menüliste für den Schnellzugriff. Hier kann ich mir die wichtigsten Funktionen, die ich sehr oft brauche und die vielleicht auch im Menü nicht so einfach auffindbar sind, nochmal andocken. Und das Schöne ist, egal in welchem Bereich von Outlook ich bin, die Funktion wird mir immer angezeigt. Das heißt zum Beispiel hier neue Aufgabe. Da muss ich nicht extra in den Bereich Aufgaben wechseln, um dann den Button zu haben, sondern ich kann, egal wo ich bin, immer hier mit einem Klick eine neue Aufgabe starten. Wie geht das? Wie kann ich hier Funktionen hier oben andocken in die Schnellzugriff-Symbolleiste? Ganz einfach, über diesen kleinen Pfeil. Wir hatten hier schon ein paar Funktionen vorgeschlagen, kann aber auch über weitere Befehle. Und dann alle Befehle. Hier habe ich alle Befehle, die in Outlook vorhanden sind, die kann ich alle hier hinzufügen. Zum Beispiel, wenn ich einfach die rückgängige Funktion, die ja hier erstmal nirgends zu finden ist, haben möchte, gehe ich hier mal, klicke ich mal rein, gehe mal auf den Buchstaben R auf meiner Tastatur, dann springt er hier zu den Funktionen mit R und dann werde ich irgendwann hier das rückgängig finden. Okay, passt. Heißt, ich füge es hier hinzu. Könnte es auch noch nach oben sortieren, wenn ich möchte, vielleicht ganz nach vorne. Okay. Und jetzt habe ich ganz vorne hier die rückgängige Möglichkeit, um Dinge rückgängig zu machen. Und ich kann nicht nur hier Funktionen hinzufügen, sondern auch einfach, wenn ich sage, okay, das Thema löschen möchte ich hier oben haben. Das macht jetzt keinen Sinn, weil ich es ja hier im Hauptmenü auch habe. Ich könnte einfach jetzt hier einen Rechtsklick machen und sagen, okay, zu Symbolleiste für den Schnellzugriff hinzufügen, dann wird mir die Funktion automatisch hier oben auch hinzugefügt. Also egal, wo ich bin, offline arbeiten, kann ich immer jede Funktion auch hier oben hinzufügen. Dann kann ich sie, egal wo ich bin, hier immer an zentraler Stelle erreichen, also meine Favoritenfunktionen quasi. Letzter Tipp zum Thema Outlook-Ansicht ändern ist die Hintergrundfarbe. Das können wir ändern über Datei, Office-Konto und hier ist es das Office-Design. Ich arbeite normalerweise mit Weiß, es gibt aber auch bunt beispielsweise, dann habe ich hier oben so eine blaue Leiste. Es gibt aber auch hier Office-Konto wieder die Möglichkeit, mit Dunkelgrau zu arbeiten. Wenn ich vielleicht eher in einer dunklen Umgebung arbeite, ist das vielleicht etwas angenehmer für die Augen, wie dieses grelle Weiß. Oder ich kann auch komplett den Dark-Mode nutzen, indem wir hier sagen, schwarz, dann ist es wirklich ganz dunkel. Dann ist auch bei der Mail hier noch manches dunkler eingefärbt, wenn ich wirklich in einem finsteren Raum sitze. Genau, aber ich bin jetzt eher ein Fan von dem weißen Hintergrund. Man sieht, es gibt in Outlook einige Möglichkeiten, die man vielleicht noch gar nicht kennt. Und wenn dich Outlook generell interessiert, du viel damit arbeitest, empfehle ich dir auch unser Outlook-Tutorial für Fortgeschrittene. Da gibt es auch noch ein paar gute Tipps, die du vielleicht noch nicht kennst. Jetzt wünsche ich dir aber eine gute Woche. Bis zum nächsten Video. Ciao. Ciao.